Es gibt viele saisonale Muster bei der Geldanlage. Stimmen sie oder stimmen sie nicht? Und vor allen Dingen, wir stehen jetzt im April, also am Fuße des Mai. Und da stellt sich alljährlich die Frage, sell in May and go away. Was ist dran an diesem alten Börsenspruch? Wir wollen mit Guido vom Schemm drüber sprechen, von der Merito Asset Management GmbH. Was bedeutet denn das nun konkret für den Anleger, Herr vom Schemm? Vielen Dank, Herr Franek. Also sell in May and go away bedeutet zunächst, dass viele denken, über den Sommer tut sich wenig. Viele Händler sind im Urlaub. Die Dividenden-Song ist auch schon fast vorbei. Die Dividenden eingesammelt und über den Sommermonat gibt es andere Themen, die wichtiger sind als die Börse. Und der Investor verbindet damit auch immer sinkende Kurse in der Regel und versucht diese natürlich zu meiden. Und so hat sich auch dieser Spruch, sell in May and go away, auch etabliert. Wir können nicht in die Zukunft schauen und wissen natürlich nicht, was in diesem Jahr passiert. Aber was Sie können oder wir gemeinsam können, ist ein Blick zurückwerfen. Also beispielsweise, wie hat es denn in den vergangenen zehn Jahren funktioniert oder auch nicht funktioniert mit dieser Börsenregel? Ja, also die Ergebnisse, die wir da herausgefunden haben, waren sehr interessant. Also wir haben mal geguckt, seit 2003, also die letzten zehn Jahre, wo wir einige Krisen hatten, haben wir dieses Muster mal verfolgt, am 1.5. den Markt einfach zu verlassen. Und dann im September, nämlich, dass es dann die zweite Hälfte des Spruches ist, auch wieder zurückzukommen, also am 1.9. Und es war erstaunlich. Die durchschnittliche Rendite in den vergangenen zehn Jahren hat 0,8 Prozent pro Jahr betragen. Also war positiv, was den einen oder anderen doch verwundert. Aber mit sehr hohen Schwankungen. Also die Schwankung in diesem Zeitraum in den letzten zehn Jahren lag zwischen minus 20 und plus 20 Prozent. Also wenig Rendite mit hoher Schwankung. Gibt es da eine Erklärung für? Haben Sie da eine Erklärung zumindest gefunden? Ja, also eine Erklärung haben wir dafür nicht gefunden, warum sich diese Börsenweisheit hält. Weil wer hält sich denn an das Kalendarium? Sind das die EZB-Politiker, Krisen oder auch die EZB-Funktionäre? Also das scheint alles sehr willkürlich zu sein. Hier scheint der Zufall doch am Werke zu sein. Das erklärt natürlich dann auch die hohen Schwankungen und die Rendite, die nahe 0 liegt. Unabhängig jetzt mal von dieser Börsenregel gibt es sicherlich bei Ihnen auch eine Meinung, wie das Börsenjahr 2013 weitergeht, nachdem wir beim DAX ja zunächst mal doch etwas deutlicher von der Marke von 8.000 Punkten wieder mal abgeprallt sind. Ja, also auch dieses Jahr sehen wir für den Zeitraum von Mai bis September nicht zwingend steigende Kurse. Also Hauptgrund dafür ist, dass die Börsianer natürlich die Sicherheit lieben und dann auch die steigenden Kurse ihre Kraft entfalten können. Aber wir haben das Thema Italien, der Präsident, der noch gewählt wird, also politische Unsicherheit. Und natürlich auch in Deutschland im September steht hier die Bundestagswahl an. Und da kann sich auch eine Verschiebung der eine oder andere denken, welche auch konsequenten für den Kapitalmarkt und auch für die europäische Vision, europäischen Blickwinkel auch mit sich bringt. Und solange diese Unsicherheit herrscht, gehen wir nicht davon aus, dass die Börsen zwingend steigen müssen. Das sollte sich, nachdem diese Unwägbarkeiten aus dem Weg sind, also ab Oktober sehen wir das deutlich anders. Da haben wir auch wieder Fantasie, um wie in den vergangenen zehn Jahren auch noch eine zweistellige Rendite zum Jahresende hin noch zu erwirtschaften. Wie kann der Anleger sich darauf einstellen aus Ihrer Sicht? Wie kann er antizipieren? Ja, also momentan, wenn er investiert sein möchte, was ich sagte, ist nicht zwingend notwendig. Aber wenn er investiert sein möchte, es gibt noch ein paar interessante Unternehmen, die noch eine ordentliche Dividendenrendite haben, die noch im Mai ausschütten. Die kann man sicherlich noch mitnehmen. Ansonsten würde ich die Aktienquote erstmal stabil halten und dann Ende September die Aktienquote wieder sukzessive hochfahren und in der Zwischenzeit mit ein paar, auch wenn es wenige Zinsen sind, aber immerhin noch Zinsen, sich die Sommerzeit versüßen zu lassen und dann doch lieber die deutlich höheren Temperaturen genießen, als vermutlich die Aktienkurse. Also Lebensqualität nicht vergessen bei allen Börseninvestments, sagt Guido vom Schemm von der Merito Asset Management GmbH. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.